Willkommen in diesem schicken Ford Transit Custom Kombi, Trend als Acht-Sitze. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 Diesel erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen elektrischen Außenspiegel samt Kamera bieten beste Übersicht. Eine Doppelfügeltür hinten und Schiebetüren seitlich erleichtern das Einsteigen. Hinten finden mit WM 6 Passagiere Platz. Und denken Sie auf an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die bereits in voller Sitze bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Seitliche Klappfenster unterstützen die bessere Belüstung. Das umfangreichste Sicherheitspaket in diesem Transit schützt Sie rundum mit 6 Airbag, ESP, der Heizwagenfrontscheibe, die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch das Kommunikationssystem Sync 4. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. In diesem schicken und äußerst praktischen Ford Custom Trend Kombi als Acht-Sitzer werden Sie immer viel Spaß haben. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020